Wir haben jetzt gelernt, wenn man sich Säenlinge gepflanzt und Säenlinge gepflanzt. Können wir da nicht rüberspringen? Vielleicht können wir auch rüberrollen. Verdammt. Müssen wir hier irgendwo hoch. Blau-Batterie-Anschluss. Ah, okay. Da müssen wir eventuell hiermit zurück dann. Hier ist ein lauer Batterie-Anschluss. Und der Fahrstuhl geht da nicht mehr. Oh, oder doch. Ein Gegner. Praktisch. Dann stecken wir den dort rein und gehen dort weiter hoch. Um an das letzte Stück zu kommen. Was der? Na, zumindest können wir jetzt passen. Genau. Mh, mh. Können wir hier mal klopfen? Mh, mh. Scheinbar nicht. Mh, mh. Dann müssen wir das ganze Gebiet da. Auf uns das nächste Gebiet. Aha, und dann geht es dort weiter zu dem- zum finalen Wurstkampf gegen den- Ich schätze mal, wir haben hier drei Welten. Wenn wir hier drei Albträume besiegen müssen, vielleicht auch mal schon den ersten. Die Plague hat wirklich ein schreckliches Nummer an diesen Blumen. Diese Nachtmärkte kommt auf meine Nerven. Der erste Albträume wird vielleicht schon besiegt. Dann haben wir noch zwei weitere. Ah, da liegt die einfach rum. Als ob. Ich wollte gerade sagen, es wäre zu leicht. Sowas blüht und setzt. Okay, dann kommen wir jetzt hoch. Dann gehe ich einfach mal hoch. Ach du Scheiße. Kann man es nicht auf den Zug bringen? Scheinbar nicht. Ich werde es nicht auf den Zug bringen. Und dann finde ich. Und wenn ich damit abschießen, dann war ich nicht wieder. Jetzt können wir hier hoch. Der war noch die ganze Zeit. Genau. Was geht denn hier verkehrt? Was geht denn hier verkehrt? Ich brauche mehr Leben. So ein Stück. Wie ist das? Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Oh, da habe ich mich gepickt. Sieht das in den Mund. Ich bin mir so weit. Und dann, was? Was bringt das immer das hier? Das ist der Video nicht umzuspielen. So ist er nicht hin. Aha, okay. Verstehe. Müssen wir hier nur noch einen umdrehen. Das muss hier dann zurück und dann muss hier im Kreis gedreht werden. Hier brauchen wir Dings für. Ich komme da an. Ich kann mal den Namen nehmen, wenn wir den eingestellt haben. Wenn er nötig hält. Die Luft kann auch nicht mitnehmen. Das ist schlecht. Ich denke, wir haben eine von diesen Schmerzen. Dann würde sie nicht fühlen. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht verstehe. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht verstehe. so muss das ist dann wieder zurück aber wie ohne Rädchen kommen wir da nicht weit verdammt das ist wahrscheinlich wieder zurückgedreht oder was nein das ist nicht sehr gut, wir haben einen Checkpoint das richtige Beteiligung ist sehr wichtig also hier bräuchten wir jetzt ein Rädchen aber wie zum mit dem griff her sicher nur zu einem Griff eigentlich ist ein Griff okay okay kind of aha ah hier ist ein Griff wie praktisch gut gut vielleicht können wir das um eine andere um das ich habe gedacht ich habe über die 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 Ich bin nicht dran. Oh! Ich habe einen Handel für das. Ich habe einen Handel. Ich liebe Handels. So, der ist noch ein Blutlierz. Man, it sounds horrible! Wie klingt nun, wie lassen wir es richtig klingen, was ist dann für eine Lösung? Geld anbauen. 1, 2, 3, 4. Wieso? Und dann auf der gleichen Höhe? Wenn ich das nur nach dem Höhe machen soll, dann wird es alles gut. Wieso, vielleicht 1, äh 2 ausstellen und nur 1? Wieso? 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 Eine Klappe. Und eine Rasse. Okay, an die Änderung kommen wir nicht ran. Vielleicht können wir mal mit der Rasse jetzt den Fug abhecken. Verdammt, Thieving Bird! Waaah, Thieving Bird! Ah! Mein Freund war immer ein Fug-Brain. Du musst in der Familie gehen. Mhm. Wollen wir hier vielleicht eine Rasse hinlegen? Hm. Ist da eine Klapperschlange. Ah, sehr gut. Jetzt musst du nur das Ding zurückkriegen. Es hat ja gar nicht geklappt. Ich nehme die dazu, jetzt die äh... Ich nehme jetzt ihn dazu, das Ding abzugeben. Vielleicht wird hier eingepustet. Ah, sehr gut. Da fällt es ihm hinten runter. Sehr, sehr gut. Da haben wir Erfahrungskonto gesammelt. Ah, jetzt haben wir einen höheren... Energiewelken. Wir haben höhere Energiewelken. Das passiert immer. Genut Energie, Erfahrungsmont sammeln. Wir haben nur eine Energie. Mehr maximale Energie. Dann gehen wir auch langsamer. Dann gehen wir auch langsamer. Kau. So, dann bringen wir das letzte... Das ist der Ding zurück zur Trompete. Dann können wir weiter. Vermutlich zum Endboss Kampf. Nicht Endboss, aber Zwischenboss. Zu dem ersten Albtraum. Nur die den letzten Dieb verteilen. Okay, kleiner Back. So, endlich. Hat der lang genug gedauert. Das ist der Plague-Poop. Plague-Poop? Wirklich? So wie ich dachte, du wärst besser mit dem Namen kenne. Oh, kannst du es riechen? Der Diarrhäer ist nahe. Ja. Ich rieche das Ende dieses Mal. Zeit, um die dreckige Läume zu verändern. So, macht kaputt. Na toll. Jetzt haben wir den Punkt anziehen, genau. Du wieder? Was zur Hölle? Ich habe dir nicht gesagt, zu gehen und sterben? Niemals. Niemals. Jetzt wird hier wieder geheimt. Das Heilung. Ja. 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 Was. Na toll. Ja. Das ist so viel bei mir, das ist diesmal nicht. Ah, aber hier ist eine Batterie. Na komm, tanzt nicht so viel. Macht kaputt. Da ist eine Batterie. Sehr schön. Das können wir da holen. Da bin ich nicht weg. Das können wir da nicht holen. Das können wir da nicht holen. Ich nehme mal eine rote Schicht. Da oben ist es wahrscheinlich. Der Wind liegt oder was? Was denn los? Verstehe ich gerade nicht. Müssen wir da nicht hoch können. Ich sehe da oben doch schon ein... Achso, die brauchen wir am blauen. Können wir den machen? Wir müssen ihn dann irgendwo auf dem Felsen einsperren. Bis es da nicht runter kann. Wenn die Blumen weg sind oder so, dann können wir ihn besiegen. Nein. Den Griff. Rote Batterie. Die können wir da bauen. Ah, dann müssen wir ihn dazu bringen, um die Blumen wegzumachen. Das habe ich da drüben natürlich schon verkackt. Jetzt kommen wir hierher. Vernichte deine eigene Blume. Ich misst hier nochmal. Oder noch nicht. Ich werde die Blumen wegzumachen. Ich werde die Blumen wegzumachen. hier her so it needs to be the villain Na toll, als ob er noch dahinten rufen kann. Man kann es nicht mehr von der Insel runter. Das kann er nicht mehr. Als ob. Okay, was machen wir jetzt hier gegen ihn? Er ist immer noch nicht besiegbar. Warum? Okay, wir können es nochmal über die Katapult versichern. Wird es rüber drehen. So bei den Leuten. Das wäre eine Idee. Das ist nicht gut. Ein bisschen aufpassen. Ich gebe mir keine Ahnung mehr. Das bräuchte mir ein Rädchen. Was ist das? Ich habe hier ein Rad hier. Tja, nein. Das Rad können wir nicht mit nach oben nehmen. Das ist kein Rad. Hm. Vielleicht werden wir zununter einmal oder noch eines dran. Mit dem Clown ist. Jemand rät hier mehr. Das können wir dann mit dem Richtigen betreiben. Woher liegen wir nicht stehen? Und dann duschen mit. Oh, wir haben den Griff. Ja. Es ist viel Spaß zu sein. Hehehe. Auf geht's. Clean up your act, Prince of Youth. Oh, das ist schrecklich. Oh, nice. Er ist im Wasser einfach. Geschmolzen. Albtraummaske. Hurra. Oha. 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 Untertitelung des ZDF, 2020